Hallo und herzlich willkommen bei Investing Grow. Mein Name ist Christopher. Im heutigen Video stelle ich dir meine T-Shirt Business Einnahmen für den Februar 2023 vor und natürlich wie du es gewohnt bist, wieder ganz am Ende mit meiner Excel Tabelle. Die habe ich jetzt wieder so ein bisschen überarbeitet. Ich habe eine interessante Neuigkeit hinzugefügt. Ich denke, das würde dich auch interessieren. Aber keine Sorge, es wird nicht unübersichtlich. Und wir springen direkt rein in meinen Merch by Amazon Account und fangen an auf dem japanischen Markt. Und hier, ja, Überraschung, kein Verkauf. Dann der spanische Markt, 20 Verkäufe zu 73,52 Euro. Zur Werbung auf den Frittesmarktplätzen sage ich nachher auch nochmal etwas. Dann hier auf dem italienischen Marktplatz hatte ich 16 Verkäufe zu 53,57 Euro. Auf dem französischen Markt, hier hatte ich organisch 5 Verkäufe, auch kein Verkauf über die Werbung zu 14,82 Euro. Dann der britische Marktplatz, hier hatte ich 22 Verkäufe zu 94 Pfund, 56. Und der zweitstärkste Marktplatz, tadaa, ist jetzt der deutsche Marktplatz mit 531 Verkäufen zu 1712,67 Euro. Wir schauen uns das mal im Chart an, hier bei den größeren Marktplätzen, also die wir auch wirklich bei mir Fokus waren, beziehungsweise sind, schauen wir uns einfach mal das Diagramm an, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Derzeit lädt es alles so ein bisschen langsamer. Ich mache einen kleinen Cut. Letztes Jahr im Februar hatte ich 448 Verkäufe und in diesem Jahr hatte ich 531 Verkäufe. Das ist eine leichte Steigerung dafür, dass ich hier kaum deutsche Designs hochgeladen habe. Ist es ganz okay. Okay, dann zeige ich dir noch die Werbung. Und zwar habe ich 1243,51 Euro ausgegeben für 292 Bestellungen zu einem Akkurs von 23,87 Euro. Und jetzt kommt gleich noch ein interessanter Fakt. Merkt ihr mal diesen Akkurs hier, 23,87 Euro. Ist auf jeden Fall ein bisschen kurios. Und wir gehen jetzt auf den amerikanischen Markt und hier hatte ich 585 Verkäufe zu 1740 Dollar und 35 Cent. Wir schauen uns hier auch den Chart an. Ups, das wollte ich nicht. Nein, ich wollte hier den Chart. Das lädt, das lädt. So, okay. Also hier kommt der Chart. Und zwar 585 Verkäufe zu 1740 Dollar. Ola die Waldfee hat sich doch gut entwickelt. Wie sah es denn im letzten Jahr aus? Hier hatte ich 249 Verkäufe. Also ich habe mich schon mehr als verdoppelt. Und auch die Royalties verbessern sich immer weiter. Da sich ja auch wirklich inzwischen die Seller des Öfteren verkaufen, die schon ein wenig teurer sind. So, schauen wir uns die Werbung an. Und ich hatte ja eben den interessanten Fakt genannt. Beziehungsweise gesagt, ja, achte mal bitte auf den Akkurs. Und zwar habe ich auf dem deutschen und auf dem amerikanischen Markt den gleichen Akkurs. Ah, nee. So, also hier habe ich 1392 Dollar ausgegeben für 317 Bestellungen. Hier auf dem amerikanischen Markt habe ich mir ein Akkurs, ein Break-Even Akkurs von 19,1 Prozent ausgerechnet. Und ja, bin ich ein bisschen von entfernt, ist aber jetzt auch noch nicht mein Ziel. So, jetzt kommen wir zu der kleinen oder zu der kleinen Überraschung. Und zwar jeder, der noch keine Vektorenplattform für sich gefunden hat, beziehungsweise vielleicht noch nicht Wechsels abgeschlossen hat. Denn da gibt es ganz einfach die besten Grafiken und Vektoren. Und zwar feiert Wechsels seinen siebten Geburtstag vom 8. bis zum 13. März und vergibt hier 40 Prozent auf alle Jahres- und Lifetime-Pläne. Und zwar als besonderes Geschenk dazu gibt es die Auswahlmöglichkeit, entweder 100 Ideen zu Nischen zu bekommen oder Konzepten, wichtigen Events etc. Oder einen extra Zugang für deine Designer oder Assistenten. Oder du kannst auch aus 15 verschiedenen Bundles auswählen. Oder du bekommst einfach mehr Downloads. Das würde ich wahrscheinlich bevorzugen, also mehr Downloads pro Monat zu haben. Oder du kannst auch eine individuelle Merchandise-Beratung haben, also dass du dort wahrscheinlich einen 1 zu 1 Call hast. Oder du kannst hier auch einen Online-Store zur Erstellung im Wechsels-Beta-Programm starten. Das alles kannst du dir auswählen, also eins davon, das ist dir garantiert. Das ist nicht hier dieses Glücksrad oder so, sondern das ist dir garantiert. Du kannst es für dich auswählen. Und on top gebe ich noch ein Geschenk dazu. Und zwar, ich gebe dir ein gratis 30 Minuten Gespräch mit mir. Du kannst dich hier vorbereiten und mich einfach mit Fragen löchern. Ganz einfach. Also ich möchte auch hier dieses Geschenk natürlich dazu geben. Und zwar alle Jahres- und alle Lifetime-Abos gelten hier, wie du über meinen Link abgeschlossen hast. Ja, so, gut. Ich denke, das ist ein toller Mehrwert für dich. Also für jeden, der noch keine Vektorenplattform für sich gefunden hat. Jetzt kommen wir zurück zu den T-Shirt-Business-Einnahmen. Und zwar, ich habe auch in diesem Monat etwa 1200 Designs hochgeladen. Bin jetzt bei 588.000 Produkten und 3588 Reviews. Kann sich definitiv schon sehen lassen. Jetzt gehen wir in die Analytics. Das ist an sich auch immer ganz spannend. Und zwar, ja, insgesamt habe ich 1179 Verkäufe generieren können. Und jetzt zeige ich dir gleich noch den Vergleich mit dem Vorjahr. Aber zuerst gehen wir noch in die, ja, Gesamtstatistik, sage ich mal. Also wir gehen hier über die Standard-T-Shirts. Zu 92 Prozent haben die ausgemacht von den Produkten, die sich diesen Monat verkauft haben. An den Farben und an den Top-Fit-Types hat sich, glaube ich, auch nichts geändert. Und wir schauen uns an, hatte ich hier irgendwelche Ausreißer? Also auf dem deutschen Markt hatte ich einen kleinen Trend getroffen. Der ging über den Januar und auch bis in den Februar hinein. Der klingt aber jetzt ab. Also das ebbt jetzt auch so ein bisschen ab. Da kann ich jetzt nicht wirklich mit weiteren Sales-Sprüngen rechnen. Ansonsten, ja, verteilt sich das Ganze eigentlich ziemlich gut. Also hier oben kleine Ausreißer, sage ich mal. Aber es sind jetzt nicht so die krassen Trendsachen oder so. Sondern bei mir, wie gesagt, alles relativ evergreen gehalten. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Vergleich mit dem Vorjahr an. Und hier habe ich ein bisschen was hinzugefügt für dich. Und zwar habe ich hier hinzugefügt auch die Return-Quote. Und zwar, du siehst jetzt auf der rechten Seite das aktuelle Jahr, den Februar im aktuellen Jahr, kam ich ja auf 1179 Verkäufe und vor einem Jahr kam ich auf 729 Verkäufe. Die Return-Rate in 2022 auf dem amerikanischen Markt lag bei 6%. Ist sozusagen jetzt auch ein bisschen rückläufig in 2023 mit 5,5%. Also es hat sich definitiv verbessert, die Return-Quote, weil der Vergleich macht einfach Sinn. Wenn ich hier wirklich Monat für Monat zu vergleichen, auch wegen der Events etc. Oder wegen Dezember, das sind immer so ein paar Ausreißer. So, dann, ja, UK-Markt. Habe ich das doppelte an Sales eingefahren, also plus 120%. Der deutsche Markt, wie gesagt, das stagniert jetzt bei mir. Da habe ich nicht mehr viel hochgeladen. Beziehungsweise lade ich hier grundlegend nur noch englische Designs hoch. Und hier jetzt, Achtung, eine Return-Quote von 15,4% im Februar auf dem deutschen Markt. Holy moly, das war noch vor einem Jahr 6,3%. Und mich würde interessieren, was denkst du denn? Woran liegt das? Klar, ich hatte einen kleinen Trend vom Januar in den Februar hinein. Das hatte ich aber, glaube ich, auch vor einem Jahr schon. Also, es sind ältere Designs, die sich hier vermehrt verkauft haben. Aber, also, grundlegend, das kann ja jetzt nicht so krass ins Gewicht fallen, oder? Klar, es wurde von diesem Event auch ein bisschen mehr zurückgesendet. Aber, ja, schreib mir ganz einfach mal, wie das bei dir ist im Account. Hast du Events, die jetzt womöglich mehr zurückgesendet wurden? Also, dass du hier dadurch eine höhere Return-Quote hast? Oder macht sich das irgendwie anders bemerkbar bei dir im Account? Und, ja, das würde mich wirklich interessieren. Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, dass ich da so ein Gefühl dafür bekomme, beziehungsweise, dass die anderen vielleicht auch so ein Gefühl dafür bekommen, was oder woran liegt das eventuell. Ja, meine Royalties sind ein bisschen gesunken. Klar, das ist die Umstellung ab diesem Jahr, die Amazon gemacht hat. Ansonsten habe ich hier eine leichte Steigerung auf den Frittes-Marktplätzen, aber jetzt auch nicht so sonderlich redenswert. Dann gehen wir jetzt natürlich auf meine Excel-Tabelle. Und wir sind im Februar, also die E-Markt 531 Verkäufe. Und was habe ich jetzt hinzugefügt? Und zwar den Werbeanteil. Ich habe jetzt hier in Zeile 18 den Werbeanteil, also 292 Verkäufe kamen über die Werbung. Das zu Kosten von 1.243,51 Euro. Das heißt, der organische Anteil ist gar nicht so groß. Ich glaube, ich habe insgesamt 633 Verkäufe über ganz Merch bei Amazon generieren können. Sprich, weniger als die Hälfte ist auch wirklich organisch. Das ist halt schon bitter. Das macht so ein bisschen den Februar für mich aus. Nicht zuletzt durch die Return-Quote oder durch die Umstellung der Royalties. Also hier hat sich doch schon einiges getan. Und wir schauen mal durch. Also US-Markt 584 Verkäufe macht ein Wachstum zum Vormonat von 12,5%. Monatär macht das ein Plus von 22,4%. Und im vergleich zum letzten Jahr hatte ich hier einen Zuwachs von 105%. Also ich habe einen schönen Zuwachs, das was ich auch erreichen wollte. Ich habe sehr viele englische Designs hochgeladen. Wie gesagt, das, ja, also den Großteil des letzten Jahres. Und das macht sich jetzt definitiv auch bemerkbar. Auch auf dem UK-Markt kommen die Designs relativ gut an. Mit 22 Sales zu Monatär 107,80 Euro. Das ist auch schon umgerechnet mit einem Faktor 1,14. Das ist auf dem US-Markt auch so. Also auch Faktor, Umrechnung hier 0,94. Frankreich, da hatte ich 5 Verkäufe zu 14,82 Euro. Auf dem italienischen Markt hatte ich 16 Verkäufe zu 53,57. Spanien 20 Verkäufe, 73,52. Also insgesamt ein Umsatz auf Merch bei Amazon in Höhe von 3.593,71 Euro. Das ist doch schon ganz ordentlich, wenn da nicht der Werbeanteil wäre. Und ja, das ist halt schon bitter. Also ich habe dir, und das habe ich glaube ich gerade übersprungen, hier unten siehst du auch den Werbeanteil. Was habe ich auf den verschiedenen Marktplätzen natürlich ausgegeben. Ist jetzt nicht die Welt. Auch hier Frankreich ist der Einzelmarktplatz, wo ich keinen Verkauf für die Werbung bekommen habe. T-Public ist ein bisschen eingebrochen. Redbubble ist definitiv eingebrochen im Vergleich zum Januar. Ist auch im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Dann Spreadshirt.de ist auch definitiv eingebrochen zum Vormonat um 32 Prozent. Und auch zum Vorjahr um 14 Prozent. Das ist wirklich bitter. Und so komme ich insgesamt auf Einnahmen in Höhe von 4.034,47 Euro. Bei den Ausgaben hat sich bei den Tools nichts verändert im Vergleich zum Vormonat. Aber die Werbekosten sind doch etwas höher. Ja, das ist schade. Aber so ist das nun mal. Wir sind in einem recht schlechten Quartal gerade. Also wir können jetzt auch nicht wirklich die Umsatzsprünge erwarten. Außer du hast natürlich Events oder saisonale Trends ganz einfach, die jetzt gut abgehen und zu guten Verkäufen führen. Ansonsten war es das jetzt erstmal mit diesem Video. Aber bleib dran, falls du elf Tipps haben möchtest, wie du leichter mit dem T-Shirt Business starten kannst, dann empfehle ich dir dieses Video. Ansonsten sehen wir uns auch gerne in dem nächsten Video. Bis dahin, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Schönen Tag. Tschüss.